Ja Freunde, heute geht's mit GTA 3. Ja, ich hab wieder eine Menge Skins runtergeladen. Ach, ich bin schon so leise. So, jetzt fährst du besser. Okay Freunde, der Mensch. So, egal. Das Gesicht sieht aber ein bisschen komisch aus. Okay. Jetzt D, wie Dora, Dora, Dora. Oder Dorotea. Oder, ähm... Keine Ahnung hier. Hab ich... Wie war der? Jo, ist er drüber. Ja. Da bei den Chef. Oder, ich muss euch mal was zeigen. Nicht richtig. Ja. Bei 15 Sekunden bremse ich ab. Also, vom Gas gehen jetzt. Okay, nicht zu. Los, 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 los. Oh Gott. Oh. Puh. Mann, Alter! Du hast da hoch, Alter. Okay, entlang. Sorry für die albernheils. Jetzt geht's weiter. Okay. Nee. Der darf doch so zu nehmen. Yo! Naja. Die Befreiungsaktion. Die Befreiungsaktion. Erstens. Ich danke dir, dass du mit diesem Thema persönlichen Befreiungsaktion wirst. Die Leute werden etwas über alles in diesen Tagen readen. Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass ein Mann wie du, kann sehr leidisch für den richtigen Preis sein. Aber die Gruppe von Männern getrennt. Eine Ressource wertvolle, ein altes Oriental-Gentlemen, das ich weiß, hat sich gehalten, von einigen Südamerikanern in Aspatria gehalten. Sie versuchen, zu erzeugen zusätzliche Geld für mich, aber ich glaube nicht, in eine Renegotiation. Ein Geld ist ein Geld. Also, sie werden mir nicht ein Geld von mir sehen. go and rescue my friend. Do whatever it takes. Was ist das für ein... Das ist Tommy Facetio. Das ist Tommy Facetio übrigens. Tibo? Das... Was ist das denn? Okay, Freunde. Okay, Freunde. Ich gebe noch das Geld. Nicht so schnell, Freundchen. Okay, das ist genug, Albert. Das ist Tommy Facetio. Ich zeig euch schon mal schnell was. Da ist eine Liste. Ähm... So sieht das aus. Völlig komisches Gummiges Gesicht. Aber stimmt. Es gibt auch eins von den... Ähm... Der FC... Ach... Der FC Bayern München. Wartet. Was... Was ist das nun? Boah, das sieht mal geil aus Presley, oder? Ja. Was muss ich machen? Kolumbianischer Wagen? Boah, was sieht da eigentlich schon mal aus? Äh, Freunde. Damit ich euch nicht langweile, dann mache ich mir einen Cut. Dann sehen wir uns dann gleich. Okay, Freunde. Da bin ich mit... Äh... Da bin ich wieder. Rette den alten asiatischen Gentleman. Damit das nicht zu lange mache, Freunde, oder? Was ich gerade gemacht habe, war eigentlich nicht so besonders. Bis du Geld besonnen hast. Aber egal. Ach, schieß nicht auf mich. Ja, das geht nicht. Schönehr! Jetzt geht's. Also geht's. Ich bin ein Mehl. Jetzt geht's mit. Schönehr! Ich bin ein Mehl. Ich bin ein Mehl. Ich bin ein Mehl! Ich bin ein Mehl. jetzt mal alles schön einsammeln ok ich nehme einen schöneren Waren gerade ja, wir suchen das herausfinden ich gehe es mal so absuchen zu Fuß der FC Bayern München bringt den Asiaten zu Lauf ok wartet mal, ich möchte etwas machen ach man boah, ich komme doch noch schneller was ist mein Gesicht ok machen wir den FC Bayern München aber es ist gut, dass sie nach ABC geordnet haben sieht besser aus aber es ist voll komisch wieder aus der Torne für Seti voll neu es ist noch ein bisschen zu lange bis das Tor auf ist ok, wir fahren mal zu Lauf ich habe keinen mehr drüber Kolumbianer, Yadis, Triaden und Diablos sie sind meine Feinde jetzt die Mafiosen, glaube ich, sind in der Kurse sind doch meine Freunde verabschied sind das ist meine Führung und das war gut wo das in der Rehme hat sich eingezogen von Quark und der Rehme von unserer Rehme Troubleshooter, äh Troubleshooter und ich hab mal geguckt mit der Autobahn, das geht mir gar nicht, das ist Intercity Highway, 900 Laternen, 7 Kilometer, ich hab alles versucht Freunde, tut mir leid. Schneller. 50.000 gleich, ich mich besser, ich... Oh, 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 oh. FC Bayern München. Boah, wir haben aber schnell eine Feuer gefahren. Fangen wir denn hier rum, dann machen wir noch eine oder zwei Missionen, was meint ihr? Ach komm, drei Missionen, also noch zwei. Aber jetzt bisschen komisch geschrieben, war? Steht nicht Bayern München, irgendwas anderes. Naja. Im ersten, im ersten Augenblick denkt man, das ist FC Bayern München. Okay. Ach, zwei Missionen, okay, gut. Dann hoffe ich, dass ich eine dritte Stadtgeschehe komme. Die letzte. Das ist jetzt 90. Die letzte. Das ist eine dritte Sache. Das ist eine dritte Sache. Ich habe mich noch etwas gemacht. Das ist ein dritte Sache. Woh, bitte wir, wir sind. Ich weiß, ich bin der falsche Seite, ich weiß es doch. Ich glaube, ich bin im gesamten Spiel noch kein einziges Mal verhaftet worden. Ach schade, der Bus ist nicht schmierbar. Ich muss mich erst packen, wie ich will. Auf zur nächsten Mission, ich bin mal gespannt. Das Kenji Komplott. Das ist ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich habe mich auf die Yakuza und die Kolumbien. Ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Ich will Sie, Sie zu töten den Wachstum, Kenji Kasun. Kenji ist in der Mitte des Multistorie-Karparks in Neuport. Geh ein Kartel-Gang-Kar und eliminate ihn. Die Yakuza muss den Kartel für diese Deklaration der Krieg. Wo ist denn, Freunde? Okay, Freunde. Okay, Freunde. Ich mach wieder mal einen Cut. Dann dauert es uns wenigstens zu lange. Bis gleich. Okay, Freunde. Ich fahre jetzt zu dem Parkus in Neuport und ziehe Kenji aus dem Ver- Kenji? Aha! Erinnert euch schon wieder an diese andere Mission, ähm, wo wir eben die Mission gemacht haben. Wo er Speed Cloud sich immer verbeugt hat. Der Kerl ist ein Verräter. Stimmt's. Fast alles im Verräter. Salvatore. Kenji. Oh, das ist hier in der Nähe. Ja, hey, hey, hey. Okay, Freunde. Es geht los. Ah, ich glaub, der ist ganz oben. Ach, Mann. Wer kennt denn dieser Verräter? Alle sind, fast alle sind Verräter. Manche, manche nicht. Er ist Salvatore. Jetzt Kenji. Hmmm. Oh, Mann. Da. Verräter. Ach du heilige, mein Gott, Alter. Okay, wir müssen planmäßig vorgehen. Am besten tötest Kenji sofort, also. Ja, Freunde, da bin ich noch mal ne, die Mission war fehlgeschlagen, nicht mit mir, wie viel muss ich denn haben. Da mach ich nur die Mission, Freunde. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Warum bin ich da ausgestiegen? Oder ich melde mich noch mal gleich, bis ich zu diesem Parkus komme, also. Dann sehen wir uns ja gleich. Okay, Freunde, da bin ich wieder. Was? Verräter. Auf keinen Fall aussteigen, ja? Komm, das haben wir uns schon angesehen. Auf keinen Fall... Boah, da sind aber ziemlich viele hier. Nicht aussteigen. Auf keinen Fall. Oh, das ist nur... Verräter. Falsch oder falsch? Warte, du heim. Warte. Warte. Jetzt habe ich uns einen Stopp auf Stopp getötet. So, Mist. Aber ich darf jetzt lange aufnehmen, ich spiele, aber trotzdem. Boah, drei Sterne. Juhu. Wartet mal. Was muss ich machen? Verschwinde aus Neoports. Okay. Nele. Okay, ich fahre nach Norden. Wow. Wenn ich ein Auto kriegen würde, Taxi, Taxi. Wow. Kenji ist aus dem Fück hergezogen. Sorry, dass ich mal unterbreche unsere Freunde, aber die Missionsfähigkeit, ich glaube, ich wusste das gar nicht. Zwar habe ich das Spiel nur mal gespielt, aber ich kann mich an allen Missions nicht erinnern. Nebensprecher mag man, also Entschädigung, mach eine Mission. Okay, gucken wir mal. Ja, da kommt Troubleshooter. Ich glaube, das letzte ist, äh, warte, muss man schon mal nachdenken. Gut. Äh, Boss. Das ist der höchste Rang, den es im Spiel gibt. Okay. Okay. Jetzt noch eine Mission. Jetzt noch eine Mission. Jetzt noch eine Mission. Das ist schon viel von drei Stunden. Okay, bis als... Oh, eine Million. Die eine Million will ich erreichen, wenn ich die Mission beendet habe. Also, okay, da kommt ein bisschen Geld sammeln, ist noch ein bisschen Zeit. Boah, das finde ich mal... ist nicht mehr viel, Freunde. Ein Zau... ja, zwei. Da schaffen so viele Autos rammen. Meine Mission, die ich jetzt beenden will, da will ich die eine Million Dollar kaufen. Okay, das darf ich nur machen. Ich bin immer gespannt, was jetzt kommt. Kenji. Gut. Also, was jetzt kommt. Nächtlicher Fischzug. In diesen Tagen der Moral-Hypokrasie sind bestimmte wertvolle Komoditäten schwer zu importieren. Auf seiner Anrufe zum Flugzeug, heute Nacht, wird ein Lichter Flugzeug über die Böe. Es wird mehrere Packungen ins Wasser verbrechen. Sicherlich, dass du sie abholst, bevor es jemand anderes macht. Boah, was soll ich machen? Oh, die müssen jetzt eben sich freuen, das könnt ihr nicht glauben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das mache ich jetzt am nächsten Teil. Oh, was war das? Das war das Blaue, oder was? Ich hab nicht aufgepasst. Ich denke mal, das Rot-Blau... äh, das Ding ist... Ich könnte nicht reden. Sag bloß, ich muss wieder da... Tsch... ...muss ich da runterfahren? Nee, das glaube ich nicht. Oh, ich muss wieder drücken, ich hab ein bisschen Zeit. So was? Komm auf die Beine. Und jetzt? Oh, diese Stoßen jetzt hat der jetzt schon fallen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Can weiss! Boah. Boah! Boah! Ich muss extra nach Portland fahren. Eine Minute noch. noic! wenig als eine Minute! Boah! Ach, bitte dich! Boah, da kommt sogar ich noch locker hoch. Ja, aber weiter. Ich weiß nicht. Boah, ist gut. Boah, muss ich das jetzt schaffen? Komm. Boah, ich bin jetzt schon so schnell... Ich spreche nicht so schnell, wie ich kann. Ja, steh auf, bitte. Ja, Mann, steh auf! Boah, ihr habt das gesehen? Letzte Sekunde! Boah, Alter, das muss ich noch mal machen. Ach, Mann, ooooh. Was? Boah, da sind ja sechs Sterne. Oh, das mache ich für euch, Mann. Ich mache dir ein bisschen das durch. Boah, Alter, das war Hammer, Alter. Boah, Alter, das ist... Das war Hammer, Alter. Boah, das ist eh wie gern ein Päckchen. Boah. Boah, Alter, da kommt FBI. Ja, wo ist das Päckchen denn? Boah, jetzt... Sprech ins Essen. Ja, wo ist das Päckchen denn? Die Sekunde, seht ihr was? Äh, warum haben die sich denn schon angezeigt? Auf dem Radar. Ach, ne, Freunde. Das mache ich im nächsten Teil. Also bis dahin und das Play-End, ja, das ist schon... Also bis dahin und das Play-End, ja, das ist schon... ...